Leute, beeilt euch. Die haben sich gerade den Konvoi geschnappt. Und Dom? Letty ist bei Ihnen. Wir bleiben bei unserem Plan. Ihr habt den Mann gehört. Ziehen wir die Sache sauber und schnell durch. Das Ding kommt auf euch zu. Das Ding kommt auf euch. Alle Systeme an. Sieht alle stabil aus. Leute, wir müssen uns einen anderen Plan ausdenken. Die haben einen Panzer. Entschuldigung, hat da gerade jemand Panzer gesagt? Direkt vor uns. Da bist du ja. Wer hat einen Plan B? Plan B? Plan B? Wir brauchen Plan C, D, E. Wir brauchen das ganze Alphabet. Hey, wir tun das, was wir am besten können. Wir improvisieren, klar? Okay, Jar. Bring ihn auf die andere Seite. Amüsieren wir uns. Was ist denn los mit dir? Das gehört nicht zu unserem Plan. Wir haben einen von denen direkt vor uns. Boom. Oh, scheiße. Roman, halt durch! Vielleicht tut mal irgendjemand was. Mir hängt ein Panzer am Arsch! Wir müssen da vorne irgendwie durchkommen. Oh, sieh doch. Eine Brücke. Scheiß drauf! Oh, sieh doch. Oh, sieh doch. Brian, der Mustang wäre ein schöner Anker. Ja, bin schon dabei. Letty, los, kümmere dich ums Kabel. Ja! Was macht sie da? Okay, Toretto. Hier ist deine Kleine. Letty! Und dein Happy End. Und dein Happy End. Und dein Happy End.